Bianca Heinecke sie bestätigt offiziell neue Beziehung. Bereits seit langem gab es Gerüchte, nun hat Bianca Heinecke ihre Beziehung mit dem Sihil offen auf Instagram bestätigt. Nachdem sich Bianca Heinecke, 31, alias Bibi zum Jahreswechsel in den sozialen Medien zurückgemeldet hat, macht sie dort nun auch ihre neue Liebe öffentlich. Die Influencerin, die mit dem YouTube-Kanal Bibi's Beauty Palace berühmt wurde, hat auf Instagram mehrere Fotos veröffentlicht, die sie zusammen mit dem Sihil zeigen. Und das unmissverständlich, die beiden lachen nicht nur fröhlich in Richtung Kamera, sondern geben sich auf einer der Aufnahmen auch einen dicken Kuss. Dazu kommentiert Heinecke ein Herz-Emoji und ein Kicher-Smiley. Gerüchte über eine Beziehung der beiden hatte es schon seit 2022 gegeben. Bianca Heinecke, kurzer Austausch mit ihrem Ex-Julian Klaassen Wohlmöglich um zu zeigen, dass zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Julian Klaassen, 31, alles im Reinen ist. Findet sich in den Kommentaren zu dem von Heinecke ein weißes Herz-Emoji direkt an ihn gerichtet. Jene postete dort ebenso zwei weiße Herzchen. Heinecke und Klaassen hatten nach fast 10-jähriger Beziehung im Jahr 2018 geheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Im Mai 2022 war dann die Trennung der beiden bekannt geworden. Klaassen, auch als Julienko bekannt, machte das Beziehungsaus damals öffentlich. Heinecke zog sich in den sozialen Medien zurück und meldete sich schließlich Anfang 2024 wieder auf Instagram zu Wort. Über 10 Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war. Dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte, erklärte sie zum Jahreswechsel unter anderem in einem langen Beitrag. Auch hier hat die jetzigen Fotos geteilt. Auf seiner Homepage bezeichnet er sich als Live-Coach und Autor.